Wieso wird hier schon wieder geschossen? Können wir nicht einmal in Ruhe zusammen Kaffee trinken gehen? Au! Drecksköter! Da mag bei einer keinen Kaffee. Geht rauf. Oh, was war das? Oh, Hör und Dennis. Ich würde mal gerne mal wieder gegen Allianz kämpfen. Und einfach mal heraus, was mit dem Scheiß-Gebieter ist. Ich bin bei Gebieter wieder. Oh. Einfach mal querfeld ein. Es sind so viele. Ich werde schon irgendwas treffen. Kanadi. Kanadi. Die ersten Ballern. So, mach ich alles fertig. Ich bin grad total konzentriert. Tut mir sorry. Ich muss mal wieder mehr dabei. Ich muss mal wieder mehr dabei hören. Und wenn es noch... Boah! Chikau! Was ist denn die Kommanda hier? Ach, übrigens, was wir jetzt jetzt nicht gesehen haben, ich in der Exilis leider... Und mein Video ist ja richtig beschissen jetzt geworden, oder? Wir hatten ja selber mal damals einen Kanal, mitnach oder so, keine Ahnung, so einen Kanal da gehabt. So einen Channel gehabt. Und wir können nicht mal auf unsere eigenen Videos zugreifen. Ich muss mal unsere eigenen Videos können wir angucken, Alter. Was ist denn aus dem ist der Scheiß geworden? Ich breche dir gleich raus. Oh, Lapin. Alles Niedermählen. Kein Problem. Ich muss mal wieder Munition aufnehmen. Gucken, ob ich da noch was finde. Scheiße. Ja, wisst ihr was? Ihr könnt schon mal nach da hinten gehen. Ich komme gleich nach. Was haben wir hier noch? Schön, hier haben wir Munition. So, weg mit dir. Kanal aktiviert. Du kannst mich immer mit Kanal aktivieren. Du kannst mich immer mit Kanal aktivieren. Sehr schön. Die Munition hab ich. Können wir nochmal hier oben lang gehen. Mal gucken, was wir da so finden. Find's kurz, die jetzt auch labern. Find ich irgendwie sweet. Es gibt ja mehr Personalität. Und solche Gesichtslosen irgendwas. Was haben wir? Wail! Weiter geht's. Vielleicht finden wir eine Spur von Team Blau. So, jetzt jagen wir. Jetzt weiß ich endlich, warum wir die jagen, verdammte Hacke. Jetzt will ich nur noch wissen, wann die den Gebieter treffen. Dieses Team hier. Nein, nur nicht. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Es geht immer ganz nach oben. Ja, ist bei Dark Souls. Ganz nach unten bei Dark Souls ist es schlecht. Ist ganz schlecht. Ganz nach oben bei Dark Souls ist es auch schlecht. Überall wo du hingehst bei Dark Souls ist es schlecht. Ah, Dark Souls. Ich kann jetzt das Spiel an ihm ein bisschen. Erred' dich die Prometheaner. Ich will mir den Prowler ansehen. Hör auf ihn zu heilen, verdammter Hacke. So was hätte man cheaten. Das ist der Prometheaner, den wir benutzt haben. Erinnert ihr euch? Wahrscheinlich nicht. Ist schon viel zu lange her. Drei Tage oder so. Zwei Tage. Oben. Boah, warum ist immer diese Scheißwaffe hier dabei? Was? Hat einer gerade Terrell gesagt? Ich hab Erfolg. Warten sie nur ab. Warten sie nur ab. Drei Tage. Da. Das war knapp. Verdammter Hacke. Die kann er auch zurückzuneißen. Ich seh' dich. Sehr schön. Ja, kein Problem für mich. Gesichert. Team Blau hat den Prowler einfach hier mittendrin geparkt. Ja, warum nicht? Sie müssen nur einen Grund gehabt haben zu landen. Das Schiffslog verrät uns vielleicht was. Führen wir einen Scan durch. Hier ist ein Zugangspunkt. Sweet. Ein Bausparvertrag. Linda hat ihre Sniper vier liegen lassen. Irgendwas stinkt nicht. Irgendwas stinkt hier ganz und gar nicht. Uh, ein schöner. Seht mal. Sieht aus wie eine Karte der Apogee Station. Sie führt nach unten in den Berg. Ein Weg durch die Tür außerhalb der Minen ist markiert. Governor Sloan. Spartan Rock. Wir brauchen Zugang zu der Mine bei unserer Position. Sie glauben, dieser Soldat, den Sie suchen, ist da unten wohl kaum? Ich erbitte höflich um Zugang zu Ihrer Anlage. Governor. Öffne jetzt die Tür für Sie. Achsen Sie da unten auf sich auf. Sehr schön. Wir bekommen Verstärkung. Wir bekommen Verstärkung. Auf mein Zeichen. Bleib zurück. Da sind Scharfschriften. Wo? 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 Sagt sie mir selber gleich zurück. Wo? Ich kann die anderen Sniper nicht aufnehmen. Wie dumm ist das denn? Wo sind wir denn? Gott, die Sniper können ja gar nichts. Ich bin da wohl ein Special Mega Sniper hier. So, jetzt sind die anderen Sniper mit aufgenommen. So, gegenwörterischen Sniper haben wir geplättet. Scheiß Kerl. So, wir mischen die Munition von den ganzen Viechern auf, die wir smashed haben hier. Ich lege jetzt den Soldaten rum. Ich lege jetzt den Soldaten rum. Ich lege jetzt den Soldaten an. Gebiet gesichert. Governor Sloan, eine Tür versperrt uns hier den Weg. Ich öffne Sie, Spartan. Sehr nett. Keine Anzeichen, dass Team Blau in einen Kampf verwickelt war. Sind die irgendwo anders rein? Ich wette, die Promethianer haben sie gar nicht angegriffen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn und Realität sind nicht immer dasselbe. Das ist für wahr. Das macht wirklich keinen Sinn, wenn Team Blau hier reingerannt ist, dass die Promethianer sie nicht angegriffen haben. Aber die haben natürlich jetzt so ein Special. Okay, das ist ein sehr merkwürdiger Sniper. Weil die nicht längerfristig schießt. Fucking Double Kill! Okay, down. Robert Downey Jr. Das ist ein bisschen schön sterben. Okay. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich brauche die Sniper von den Typen. Wo habe ich denn den Platz gemacht? Wo ist... Wo habe ich den denn... Der stand da... Wo stand der denn? Bin ich jetzt doof? Hier war ich. Er war dort. Genau. Nehmen wir halt die Sniper mit. Die gefällt mir ein bisschen besser. So, ich hoffe irgendwann bemerken wir mal, wenn eine neue Mission startet, weil dann würde ich nämlich sagen, wir beenden mich das. Ab dem Moment dann nämlich. Ne Buzzi. Wenn die mir ne Buzzi anbieten, sollte man die Buzzi auch nutzen. Wäre kein Problem, ne? Fein zieht sich zurück, die sind gerade erst angekommen. Leute! Wo habt ihr mein Kampfgewehr hingeschmissen? Ich hasse euch. Ich weiß nicht! Vlog... Äh, Brock... Bruce Willis... Keine Ahnung, ne du hast auch keins... Deine Mutter ist eine Seuche. Deine Mutter ist eine Seuche. Deine Mutter ist eine Seuche. Okay, ich mache das voll cool mit normalen Gewehren. Okay, voll cool Bähne mit normalen Gewehren. Ich habe keine Ahnung was hier abgeht. Das ist so, als ob ich auf dem Trip wäre. Das ist eine Deckung. Irgendwie habe ich einen Schuss wahrscheinlich, du Arsch. Schüsste ich denn gar nicht? Rennt mir nicht die ganze Zeit in die Schüsse rein und dann kann ich euch auch nicht abballern. So einfach ist das. Ich muss leben! Kann ich auch, siehste? Der Waffe ist schon wieder leer. Er leckt mir noch meine behaarten Eierschalen. Der Waffe ist auch schon wieder despawn. Was ist denn das? Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Wir haben keinen mehr zu mehr. Das habe ich nicht mehr zu. Niveau! Es ist ein bisschen Bion! Na ja, Frosch und Alex!